Der lange Schlepplift im Skigebiet Arnsberg von der Gegenseite aus betrachtet. Die Anlage im fränkischen Teil der Rhön bringt es immerhin auf eine Länge von 1250 Metern. Die Abfahrten sind bei 250 Metern Höhenunterschied bis zu 2,2 Kilometer lang. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Neben dem großen Lift gibt es noch eine kleinere, 850 Meter lange Anlage und einen Kinderlift. 17 Euro kostet die Tageskarte. Die kürzeren und höher gelegenen Pisten in der benachbarten hessischen Rhön sind etwas schneesicherer. Dafür gibt es am Arnsberg für Mittelgebirgsverhältnisse recht lange, leichte und mittelschwere Abfahrten. Die Bergstation der Lifte befindet sich auf rund 840 Metern. Gefahren wird fast ausschließlich auf Naturschnee. Erlaubt es die Schneelage, dann wird am kleineren der beiden Schlepplifte ein Funpark aufgebaut. Für die Verpflegung der Besucher sorgen drei kleinere Hütten. Für die Verpflegung des ZDF für funk, 2017 des ZDF für funk, 2017 für die CPR war lausend Einflussend.